hallo leute und herzlich willkommen wieder zu einem neuen video heute mal wieder ein installations tutorial nämlich schon das dritte oder vierte was ich mache für lspdfr und ich mache das ganze um euch die installation einfach zu vereinfachen und um euch das eben zu zeigen wie das ganze funktioniert ich habe jetzt schon ein bisschen was vorbereitet sprich ich habe die seite schon mal aufgerufen so was machen wir als erstes wenn wir auf der seite sind natürlich zuerst lcpdfr.com eingeben das ist die echte seite also so sieht die aus und dann gehen wir hier mal runter scrollen das ist die startseite und dann seht ihr hier halt nicht wo der download ist ihr müsst nämlich zuerst auf mods gehen und das lädt dann hier ein bisschen und dann habt ihr hier links ein button da steht lspdfr da geht ihr mal drauf hier habt ihr lspdfr also first response dafür steht dieses fr ihr klickt einfach mal drauf und das erste was sie sehen werdet ist hier lspd first response 0.3.1 und die ersten wenn sich jetzt denken gut was hat es mit der zahl auf sich natürlich ist das die version weil manche plugins also call outs zum beispiel so scripts die ihr noch hinzufügen könnt sind schon so alt dass sie nicht mehr mit dieser version zusammen kombinierbar sind aber das steht auf lspdfr.com also lcpdfr.com ist das sowieso immer dabei beim download und ihr geht dann einfach hier rechts diese datei herunterladen und dann musst ihr hier so eine download regel durchlesen also einfach zustimmen und herunterladen es wird automatisch wird c3 dateien geben und das erste ist ein installer wo werbung drin ist also wenn ihr die supporten wollt der andere ist ohne und dann gibt es hier diesen manual install installer so gesehen und ich persönlich bin ja nicht so der fan von so exen die man ausfüllen kann deshalb lade ich mir diese version runter und ihr müsst euch auch nicht irgendwie sorgen machen dass ihr irgendwie eine alte version unterlebt weil es geht automatisch die neueste herunter dann klickt ihr noch drauf ich bin kein roboter manchmal kommt da so bilder wo draufklicken müsst klickt dann auf herunterladen hier oben steht adblocking software detected habe ich aber nicht mehr seht deswegen jetzt ein bug mittlerweile und dann zieht er sich das schon automatisch runter ihr könnt auch hier klick hier to try again wenn es nicht funktioniert so dann haben wir das jetzt mal runtergeladen also es geht hier noch runter die seite an sich selber lädt etwas langsam runter ich habe eine 150k leitung und das lädt hier ziemlich langsam im gesatz zu normalerweise und was ihr jetzt machen könnt ist ihr geht halt wieder zurück hier wo die leiste ist das ist einfach hier auf mods draufklicken hier gibt es ganz viele sachen so fahrzeuge skins und so weiter audiovisual dateien aber ich will euch einfach zeigen wie ihr plugins hinzufügen könnt also sprich neue call outs weil sonst wird das ganze etwas zu langweilig und eintönig deshalb gibt es hier eine liste mit 177 dateien jetzt auf dem neuesten stand mit ganz 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 vielen call outs und scripts die hinzufügen könnt damit euer polizei alltag so gesehen besser wird und ich werde jetzt einfach nur vorführen wie man einen call out installiert weil man installiert eigentlich fast alle gleich wichtig ist dabei dass ihr wenn ihr drauf klickt dann seht ihr welche version unterstützt die call out back is now compatible with lsbdfr 0.3 punkt b und das ist jetzt eben eine version die älter ist als die 0.3 punkt 1 die wir jetzt hier haben aber ich denke dass es trotzdem noch funktioniert weil es gerade erst geupdatet worden ist aktualisiert vor neun stunden das heißt höchstwahrscheinlich hier den titel nicht geupdatet also da könnt ihr euch aber schon mal eine übersicht geben und hier seht ihr halt wann es das letzte mal aktualisiert worden ist schaut auf jeden fall unten unter kommentare oder kritiken rein ob es noch kompatibel ist weil bei zu alten sachen würde ich immer nachschauen weil man dann nie weiß ob es noch eben mit der neuesten version kompatibel ist wenn das nicht der fall ist dann crasht euch das plugin oder sonstwas hier wieder dasselbe prozess mit dem runterladen zack bekommen jetzt wieder auf die nächste seite und hier sollte er runterladen ja das ging jetzt relativ flex im gegensatz zum anderen download weil das eben nur ein script ist so was jetzt auch ganz wichtig ist für alle die lsbdfr installieren wollen ist die waychook die waychook ist eben das ding was den mod überhaupt mal also die mod überhaupt mal reinlädt ins spiel ohne die könnt ihr nichts damit anfangen sie ist eigentlich schon mit dabei aber wir klicken jetzt mal wieder auf die startseite jetzt habe ich das ganze mal ne warte ich auf mods zack lsbdfr und da wo wir halt schon vorhin drauf waren auf dieser seite wo man lsbdfr unterladen kann habt ihr hier eben so eine sache die euch durchlesen können und hier steht schon irgendwas von rage plugin hook und die ist hier ganz oben verlinkt wenn ihr sie nicht finden solltet weil sie vielleicht irgendwann mit die beschreibung beschreibung verändern könnt ihr auch ganz einfach rage plugin hook googeln und die erste seite sollte es eigentlich sein aber wir klicken jetzt mal drauf und werden weitergeleitet auf eine neue seite und das sind wir auch schon auf downloads wenn ihr jetzt die über google sucht kommt ihr natürlich auf die home seite was aber auch noch ganz wichtig ist hatte ich will oder mal die seite ok das ist jetzt nicht der fall nämlich wenn ihr neu auf die seite kommt kommt so ein kleines schwarzes fenster wo steht excepten sie eben die sache dass wieder was zum durchlesen so ein schwarzes fenster und da müsst ihr auf akzept klicken weil sonst kommt er nicht hin also beginnt hier jetzt dann auf downloads und auf downloads findet ihr wieder mal eine liste von sachen und sachen und sachen und ihr werdet euch denken boah ich kenne mich da jetzt überhaupt nicht aus aber es ist eigentlich ganz einfach nämlich hier stehen wieder irgendwelche informationen rum und alles was hier gelb ist sind eben links oder downloads wichtig ist dabei dass ihr die neueste runterlädt auf der seite ist es sowieso so dass die älteren versionen automatisch gesperrt werden wie man hier sehen kann ich kann nicht draufklicken das hier ist die neueste version die wurde am sechsten zehnten released ja das ist umgekehrt ist in amerika so da klicken wir dann einfach drauf das ist in dem fall die 0 47er weight shock da draufklicken und er lädt schon runter gut jetzt haben wir für lspdfa alles runtergeladen was wir brauchen wir brauchen eigentlich nur lspdfa und die weight shock das callout script braucht ihr nicht aber wie schon gesagt sonst wird das ganze zu langweilig ich würde euch empfehlen lädt euch so viel callouts runter wie ihr wollt ich habe insgesamt glaube ich 10 bis 15 callouts drin weil das einfach dann viel lustiger ist so was jetzt aber ganz ganz wichtig ist für die leute die zum beispiel windows 7 haben oder drunter was weiß ich ich glaube es geht nur bis windows 7 ich glaube alles was unter windows 7 ist funktioniert die wage plan genug nicht ihr geht hier drauf auf requirements und zwar wenn hier sachen angezeigt hier unbedingt braucht was ich weiß bei windows 10 musste ich das nicht installieren aber es kann trotzdem sein dass es hinzu installieren müsst nämlich sind dass diese drei sachen hier die microsoft network network framework 4.6 dann das hier und das hier das sind einfach windows packs die installiert haben müsst sonst funktioniert es nicht und hier unten gibt es noch für developers was er aber jetzt nicht braucht das ist für leute die halt irgendwas entwickeln wollen für lspdfa aber für normale nutzer wie mich oder euch klickt einfach dann hier drauf und er werde halt weitergeleitet auf die seite es ist egal ob englisch oder deutsch nimmt lädt einfach runter installiert es und fertig er müsste davon alles installiert haben also sollte euer lspdfa nicht funktionieren dann wieder auf die seite drauf gehen das unterladen ich brauche das in dem fall nicht weil ich das schon automatisch drin habe bei windows 10 keine ahnung warum also wenn ihr vielleicht windows 8 oder 7 habt ist das höchstwahrscheinlich so dass ihr das braucht gut dann haben wir das auch und jetzt geht es ab zur installation wir ziehen uns unsere sachen die wir runtergeladen haben direkt mal auf desktop und da sehen wir auch schon was wir als erstes machen müssen wichtig dabei ist jetzt ich gehe hier nur ganz schön mal drauf ihr habt jetzt gta installiert ja bei euch kann das irgendwo anders drin sein ihr braucht euer haupt verzeichnis von gta sprich das sieht alles hier so aus mit diesen rpf dateien update readme x64 und so weiter so sieht euer gta folder aus wenn ihr steam habt ist es halt im steam verzeichnis also ihr müsst selber wissen wo ihr das hin installiert habt ihr seht ich habe ziemlich viele gta sachen ich habe nämlich die gta ssd also extra für mein gta und die ist ziemlich voll ich habe jetzt extra für das tutorial einen eigenen folder gemacht den habe ich schon benannt in gta 5 lsp dfa der ist clean neu aufgesetzt sprich da ist nichts dran gemordet und bitte keep in mind also ja ihr könnt damit nicht online spielen das heißt macht euch am besten einen folder wo nichts ist sprich hier gta 5 das ist der normale folder wo nichts dran gemordet ist kopiert euch den und fügt ihn hier halt nochmal ein dort wo euer installation verzeichnis ist sind zwar 60 gb aber ich empfehle es jeden dass ihr mindestens zwei folder habt also einen originalen weil da könnt ihr immer noch ein backup ziehen und eben euren gemordeten folder in dem fall ist es mein lspdfa folder gut genug gelabert ich zeige ich jetzt ganz einfach 4 lspdfa installiert als erstes müsst ihr lspdfa an sich selber installieren das ist das erste was machen müsst ihr klickt einfach doppelklick drauf gut ich habe jetzt mehrere bildschirme jetzt ist das nach drüben verschoben gewesen und hier haben wir schon die ganzen sachen ihr denkt euch jetzt so ja gut viele dateien was mache ich damit ihr müsst das ganze ding einfach mal nehmen hier also markieren also wirklich schauen dass alles markiert ist und zieht es dann einfach hier ins leere dass es alles im hauptverzeichnis von eurem gta ist wenn wir das ja alles kopiert fertig drin ist es und jetzt kommt eben das was wir vorher auch runtergeladen haben nämlich die rage plugin hook die ist auch wichtig weil damit habt ihr euer gta eben auf dem neuesten stand was lspdfa mit der rage plugin hook eben auf sich hat weil es sollte neues gta update rauskommen funktioniert nämlich dann lspdfa nicht mehr und das einzige was ihr halt updaten müsst ist dann diese rage plugin hook und die zieht ihr dann halt hier wieder rein dateien ziel ersetzen das müsst ihr machen weil es werden dateien ersetzt vom originalen lspdfa gut und haben wir das jetzt auch drin also gar nicht mal so schwer und dann hier noch der callout script crazy callouts und hier ist auch eine readme dabei die ist jetzt natürlich auch wieder verschoben und da stehen halt installing sachen drin die könnt ihr euch auch noch durchlesen falls ihr euch nicht auskennen solltet aber bei lspdfa ist es in letzter zeit so dass die leute so nett sind und den folder so schon angeordnet haben wir gehört sprich jetzt nicht dass sie einfach ins haupt verzeichnis ziehen nein ihr klickt erstmal hier drauf bis ihr sowas sieht lspdfa oder plugins oder beides eben sollte das nicht der fall sein müsst ihr euch die readme durchlesen weil dann könnt ihr falsch machen und wie ihr seht hier haben wir lspdfa und plugins drin wir können auch hier drauf gehen und hier seht ihr auch schon police scanner als es ist in der tat der selbe fahrt das heißt das ist so angeordnet wie wir es brauchen das heißt er markiert euch diese zwei sachen die readme braucht jetzt nicht markieren und zieht das alles einfach direkt ins haupt verzeichnis wie ihr seht es wird direkt hier reingezogen wo es hingehört crazy call outs da haben wir es auch schon drin das finde ich ziemlich gut gemacht dann erspart ihr euch die suche aber wie schon gesagt eine readme ist meistens dabei und eigentlich sind wir schon fertig mit der lspdfa installation das ist diese standard installation dass es überhaupt läuft was ich jetzt aber noch empfehlen würde für alle die ein gemoldetes gta spiel mit lspdfa ist auf jeden fall ein trainer ich ziehe das hier mal weg und zwar ist das ein programm mit dem ihr sachen spawnen können polizei auto spawnen könnt euch ein anderes outfit geben könnt und so weiter und das alles ihnen geben so wir gehen hier einfach mal zurück auf unseren browser gehen hier auf die der fünf mods wobei zuerst suchen wir einfach mal script hook so wir gehen hier auf die script hook das ist das ding mit dem ihr den trainer reinladen könnt und noch viele andere mods reinladen könnt das ist auf jeden fall ein basic finde ich für gta wenn es gemordet ist ihr klickt halt drauf script hook ist hier also script hook es gibt auch noch eine script hook.net aber die brauchen wir nicht und hier ist direkt auf der startseite der download also nicht die für developer einfach download da draufklicken und es wird schon die neueste version davon runtergeladen gut dann haben wir die script hook und jetzt zum trainer da gehen wir auf gta5mods.com wir geben hier oben rechts einfach mal trainer ein gut und dann scrollen 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 schon mal wo es sein könnte ob ich das schon übersehen habe ja tatsächlich abschließend hier ist er das ist mein favorit im trainer ich werde den verlinkten also ich werde sowieso alles unten verlinkt in der beschreibung ist mein lieblings trainer erinnert mich ziemlich an den gta4 trainer und ihr habt halt ziemlich viele auswärtsmöglichkeiten also den lade ich auch runter den installieren wir dann auch und was jetzt auch noch ist für die leute die wie schon gesagt mehrere gtas haben was ich heute empfehlen würde gibt es noch den modded launcher den geben wir ja auch noch ein und da gibt es auch wieder ziemlich viel auswahl ich nehme diesen hier der vorteil daran ist ihr könnt halt immer herum switchen ob ihr euer normales gta für online spielen wollt oder für solo modus also offline und da ist auch so ein button dabei für steam version und rage version also da könnt ihr direkt diese rage hook also für lspdfa aktivieren oder deaktivieren gut herunterladen und da haben wir schon gut dann haben wir jetzt eigentlich wieder alles heruntergeladen können das hier erstmal schließen und wir ziehen das ganze mal auf den desktop also hier ist immer noch unser hauptverzeichnis von gta und hier sehen wir schon die script talk also die öffnen wir ganz einfach hier ist eine readme dabei die website und hier der binfolger bin ist einfach das hauptverzeichnis das heißt wir haben hier noch sachen drin in dem fall ist hier auch schon ein trainer dabei den könnt ihr benutzen aber ich mag diesen trainer hier nicht so gerne ich mag meinen anderen den ich vorhin runtergeladen habe also den müsst ihr nicht unbedingt da reinziehen also wenn ihr den trainer runtergeladen habe den ich runtergeladen habt dann müsst ihr das auslassen weil sonst konflikte dass ihr dann habt ihr zwei trainer auf dem display also wir ziehen diese zwei dateien die dinput 8 und die script talk v.dll eben direkt ins hauptverzeichnis dann steht hier im ziel ersetzen dinput 8 ja können wir machen müssen wir aber nicht aber sollten wir und den native trainer den lassen wir hier drin weil den brauchen wir nicht weil wir einen eigenen trainer haben so jetzt klicken wir auf unseren trainer drauf den wir runtergeladen haben und da sind ganz viele dateien drin aber im endeffekt brauchen wir nur hier diese asi datei und die ini datei die ziehen wir auch wieder geschmeidig in unser hauptverzeichnis zack und er ist drin ihr könnt auch den trainer noch einstellen da könnt ihr draufklicken editieren und so weiter für leute die sie nicht auskennen sollten das vielleicht lassen gute können wir das ja auch schließen und dann haben wir hier auch noch den modded launcher und das ist ziemlich einfach was sie damit macht das ist einfach eine exe die könnt ihr direkt auf euren desktop ziehen den habe ich in der schon auf dem desktop gezogen von dem her es ist dasselbe gut da haben wir das ja auch jetzt haben wir eigentlich alles ready to go installiert was wir brauchen im lspdfa wir haben die script hook installiert mit dem wir dann den trainer ingame öffnen können und wir haben natürlich auch unser plugin also unser script installiert mit dem wir mehrere callouts reinkriegen gut in dem fall könnten wir das theoretisch mal schließen im hintergrund und könnten zum beispiel auch schon mit dem modded launcher starten für alle leute dies nicht wissen egal ob jetzt mit modded launcher spielen wollt oder hier über euer gta immer rechtsklick drauf und dann als administrator ausführen wichtig dabei ist ihr könnt zum beispiel dieses gta euer lspdfa gta könnt ihr entweder mit dem launcher ausführen also sprich rechtsklick drauf als administrator ausführen damit habt ihr euer normales gta ohne lspdfa oder eben wageplugin.exe wenn ihr darauf klickt dann wird erst euer lspdfa geladen sonst nicht das heißt in dem fall müssen wir auch dasselbe hier beim modded launcher machen weil sonst funktionieren paar sachen nicht ich kann auch hier so einstellen unter eigenschaften dass wir hier unter hier das einstellen können wo ist denn das denn ich bin mal wieder zu blöd für alles und hier ist ein haken gesetzt bei programm als administrator ausführen und das ist wichtig wenn das nicht angezeigt wird könnt ihr da draufklicken und dann ist das hier halt drin programm als administrator ausführen übernehmen und ok klicken dass wenn ihr den modded launcher ausführt nicht mit rechts als administrator ausführen müsst sondern ihr geht doppelt drauf dann kommt hier so ein fenster unbekannt geht auf ja und was jetzt auch wichtig ist bei euch sieht es jetzt nicht so aus wie bei mir weil bei mir ist es so dass es schon eingestellt ist ich mache das hier jetzt mal weg gut und klaus ja jetzt zeige ich euch wie es bei euch aussehen sollte doppelt drauf ja dann kommt bei euch so ein fenster da stehen so ein paar infos die ihr nicht unbedingt braucht klickt auf ok und dann fragt ihr euch schon direkt dass ihr euren originalen gta5 folder auswählt in dem fall habe ich aber meine gta online folder dann klicken auf ok und dann eben den modded gta5 folder das ist in dem fall hier lspdfa ok erfolgreich hinzugefügt alles scheint korrekt zu sein fertig und zwar gibt es jetzt die möglichkeit eben auf online modus zu spielen oder im solo modus lspdfa und können dann auch die rage version auswählen wenn ihr die steam version habt klickt eben auch die steam version an wenn nicht dann nicht so wichtig dabei ist bei manchen leuten funktioniert dieser modded launcher nicht ich weiß nicht warum das so ist aber manche haben das problem dass dann steht dass die rage hook nicht gefunden werden konnte in dem fall müsst ihr folgendes machen ihr geht zurück auf euer gta und schaut wie euer originales gta heißt sprich das was ihr vorhin kopiert habt wo ihr noch nichts dran gemoddet habt mit dem ihr aber vorhin gespielt habt das müsst ihr dann umbenennen zum beispiel ihr benennt es um in gta5 1 oder sonstwas dass es nicht mehr anerkannt wird und müsst dann euren folder den er gerade gemoddet habt in dem in dem fall den lspdfa folder genauso umschreiben wie euer original folder ist in dem fall gta5 aber das machen wir jetzt nicht wie schon gesagt manche haben das problem manche nicht wenn ihr das problem habt müsst ihr das leider so machen sonst geht dieser modded launch halt nicht weiß wirklich nicht woran das liegt jedenfalls machen wir das jetzt mit dem modded launcher gehen hier auf apply finished steht dann hier unten aber die rage plugin natürlich ausgewählt und beginnen hier auf play so jetzt müssen wir ein bisschen warten und jetzt kommt schon das erste nämlich von der rage plugin eine kleine information die wir wieder mal akzeptten müssen da klicken wir drauf so dann ist hier unten so ein counter und dann steht halt hier wieder eine information dass wir es als administrator ausführen müssen klicken hier auf ok und jetzt wird es eben mal vorbereitet und dann wird jetzt hier durchgescannt ob wir alles installiert haben was wir brauchen in dem fall ja und letztlich strecken dann steht hier this message is critical und dann steht hier irgendwas dass man ein backup machen kann von seinem gta sprich wenn man ein update rauskommt könnte das wieder herstellen ihr könnt ihr immer auf yes oder no klicken ich klicke jetzt mal auf yes dann wird jetzt einfach mal ein backup erstellt jetzt steht ihr saving backup und jetzt steht hier alles fertig und jetzt öffnet sich dieses fenster da könnt ihr jetzt einstellen wie ihr euer gta mit eurer radio starten wollt und wie die hotkeys sind in dem fall die konsole ich habe auf f4 nämlich mein meinen trainer der ist auf f4 deshalb stelle ich das hier immer auf f5 dann ist hier ein timeout von den plugins das heißt in dieser zeit wird das geroadet dann ist hier dieses disable permanent version text rendering das ist dafür da dass unten rechts immer so ein kleines ding steht wo steht dass es eine alpha ist und welche version der radio gerade läuft das ist bei screenshots ziemlich nervig deshalb disable ich das immer unter plugins könnt ihr dann auswählen was automatisch geladen werden soll oder ob ihr das selber entscheiden wollt ich in dem fall mache immer load all plugins und startup das heißt dass alle plugins egal welches plugin automatisch geladen werden wenn ich meinen lspdfa starte also könnt ihr auswählen ich würde das hier eben empfehlen dass alle geladen werden dann advanced settings da könnt ihr noch einstellen wenn ihr irgendwelche probleme habt mit dem starten oder sonst was könnt ihr hier noch sachen einstellen und hier ist eben noch ein development mode wenn ihr zum beispiel plugins erstellen wollt aber das ist eben für die fortgeschrittenen game settings sind auch noch so sachen zum beispiel auch wenn ihr irgendwelche probleme habt oder wenn ihr was umstellen wollt das ist zum beispiel mit direct x10 oder was anderem starten wollt könnt ihr das hier auch noch einstellen aber ich glaube in dem fall brauchen wir hier eigentlich nichts mehr einzustellen bis auf die sachen die ich jetzt gemacht habe und in dem fall können wir hier unten save and launch machen this setting dialogue can be shown again by starting rage plugin hook das heißt der kann wieder gestartet werden wenn ihr shift haltet also steht hier eh drauf oder command line ok so jetzt bekommt er dieses rage plugin hook und hier könnt ihr halt auch drauf wieder auf die settings die wir jetzt gerade hatten das geht auch jetzt wird hier launch ein game wir warten einfach mal es kann passieren dass das erste mal wenn ihr in euer game kommt dass euer game crasht das ist aber nicht so schlimm das passiert glaube ich so 50 50 die chance dass das passiert danach solltet ihr euer game mal neu starten und dann sollte es nicht mehr passieren weiß nicht woran das liegt oder ob das noch so ist aber kann passieren so das ganze dauert jetzt auch noch ein bisschen und da kommt auch schon der black screen und ja es geht schon so und jetzt wird schon geladen und ihr seht schon da ist ein ganz anderer loading screen als sonst nämlich wird hier so die rage plugin hook eben reingeladen und dann bekommt er eben hier diesen screen und er kommt auch nicht mehr zurück in den multiplayer also ihr könnt das nicht mal auswählen das finde ich auch gut so weil sonst könnt ihr nämlich dafür auch gebannt werden und er kommt mit dieser rage plugin hook gar nicht in den multiplayer und ich würde es auch nicht empfehlen das irgendwie zu probieren weil rockstar bannt euch dafür wenn ihr mit mods online spielt so und wir sind schon drin unten links bekommt ihr schon angezeigt new console commons added das ist in dem fall ja wenn ihr mehr callouts hinzufügt bekommt ihr auch mehr sachen dazu ja hier haben wir jetzt unten links auch dass es erfolgreich geladen wurde eine kleine information von der website und wie ihr jetzt zum beispiel die konsole öffnet wir haben das auf f5 und ihr seht schon hier ist die konsole drin und wenn euch mal irgendwas crashen sollt könnt ihr zum beispiel hier load plugin und dann könnt ihr hier zum beispiel eingeben welches plugin geladen werden soll mit f5 könnt ihr das ganze wieder schließen wir schauen ob unser trainer geht natürlich geht der der ist auf f4 belegt dann können wir hier vehicle spawning emergency police cruiser als beispiel und wir sehen auch hier auf der karte unten links sind schon die ganzen polizeistationen angezeigt das heißt hier können wir auch tatsächlich rein und es funktioniert eben alles und können wir können mal warte mal hier probieren ist das hier mit ja genau so wir sind jetzt police officer ich habe jetzt mal schnell einen kurzen ding gemacht und unten links könnt ihr schon sehen crazy callouts plugin loaded das heißt das funktioniert auch schon das heißt wir bekommen auch die plugins schon reingeladen also unsere callouts und damit bin ich eigentlich auch schon fertig und vollkommen zufrieden dass das jetzt hier schon so ohne irgendwas funktioniert hat also wie ihr seht es ist gar nicht mal so schwer man muss sich einfach nur mal ein bisschen damit befassen dann geht das schon und ja ich bin ja auch schon im einsatznetz unterwegs kann auch schon die leute anhalten testen wir gleich mal jeder der erste den wir hier anhalten ja und auch schon ab also leute wenn es euch gefallen hat ja dann lasst ein like da wenn ich euch geholfen habt lasst auch ein like da lasst ein abo da sonst was und kommentiert das video wenn irgendwelche probleme habt ihr könnt uns auch bei mir im forum schreiben unter www.xium.com da gibt es ein forum extra für lspdfa wenn ihr eure problemchen eben rein posten möchtet oder hilfe braucht da reinschreiben und in den kommentaren bin ich nicht so viel aktiv weil youtube etwas übersichtlich ist und ich natürlich nicht zeit habe auf jeden direkt zu antworten deshalb empfehle ich euch auch das forum jedenfalls leute haut rein ich verabschiede mich ciao